Pilze sind ein fester Bestandteil unserer Küche, aber beim Kauf und der Lagerung gibt es einiges zu beachten. Frische Pilze sollten prall und fest sein, ohne Druckstellen oder ungewöhnlichen Geruch. Entfernen Sie sie zu Hause aus der Plastikverpackung und lagern Sie sie in einem Baumwolltuch oder einer Papiertüte im Gemüsefach. Ein weit verbreiteter Mythos besagt, dass Pilze nicht gewaschen werden sollten, da sie Wasser aufnehmen. Tatsächlich nehmen sie nur wenig Wasser auf. Dennoch kann ein zu langes Wasserbad den Geschmack beeinträchtigen. Daher empfiehlt es sich, Pilze nur kurz abzuspülen oder mit einem feuchten Tuch abzuwischen. Champignons sind reich an Vitaminen und können roh verzehrt werden. Allerdings können sie bei manchen Menschen Verdauungsprobleme verursachen. Essbare Wildpilze sollten hingegen immer durchgebraten werden, um gesundheitliche Risiken zu vermeiden. Beim Braten von Champignons sollten Sie auf Öl verzichten, um den Wasserverlust zu minimieren. Geben Sie die Pilze direkt in die Pfanne und würzen Sie sie nach Belieben. So erhalten Sie knusprige und aromatische Pilze. Gekochte Pilze können problemlos wieder aufgewärmt werden, wenn sie schnell gekühlt werden. Auch das Einfrieren ist möglich, sowohl für gekochte als auch für rohe Pilze. Verwenden Sie frische Pilze, entfernen Sie Druckstellen und frieren Sie sie in Glasdosen oder Gefriertüten ein.